Bevor es jetzt richtig losgeht, erst einmal ein Blick auf die Inhalte, die dann später auf der Webseite erscheinen sollen. Ich habe hier eine Auswahl von Bildern. Wichtig ist hier, dass die Bilder alle mir gehören. Falls nicht, dann müssten die Bilder entweder gemeinfrei sein oder eine CC-Lizenz haben. Und hier muss man dann natürlich bei jedem Bild wissen, wie man die entsprechend ausschreiben muss. Einen Film haben wir hier drin, den werden wir nachher einbauen. Dann ein Impressum-Text, der ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, weil die Seiten, die er stellt, die sind im geschützten Bereich. Da muss man mit einem Passwort extra drauf und dann braucht man eigentlich kein Impressum. Und also falls ihr eure Seite öffentlich macht, dann wäre wichtig, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Und seit letztem Jahr ist es Pflicht, eine Datenschutzerklärung auch zu haben. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn jemand anders auf diese Webseite klickt, dass dann ermittelt wird, wer ist derjenige, was hat der für eine IP-Adresse und was benutzt er für einen Browser. Und dann halt dazuschreiben, was geschieht mit diesen Daten. Animiertes GIF haben wir noch, kann man mit GIMP ganz leicht selber machen. Schauen wir mal, wenn wir das einbauen, ob das dann läuft auf der Seite. Hier habe ich schon auch benannt, für was die Bilder dann entsprechend verwendet werden. Also Diashow, Galerie, Hintergrundbild. Dann haben wir hier noch einen Link, den wir mal einbauen. Eine Open Office Datei. Präsentation. Und hier haben wir noch einen Text. Und das bauen wir in die Seite ein. Und hier müssen wir noch schauen, wie bauen wir unsere Seite überhaupt auf. Wie heißt die? Wir probieren es mal mit Summerfeeling. Mal schauen, ob der Name noch möglich ist oder ob es die Seite schon gibt. Und dann, das sind die Unterseiten. Und bei den Unterseiten jeweils die Inhalte, die wir jetzt gerade in den Ordner gesehen haben.